Öaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Ah, wir sind zurück! Ja? Zurück in den Eldenring! Äh, und jetzt... Jetzt! Fährt für mir äh, Vorproduktion an tatsächlich, denn ähm, ich werde, ähm, äh, zögeln Und ich werde noch Ferien haben! Und beides zusammen äh, äh... Grab nacheinander, tatsächlich Und darum bin ich wahrscheinlich nicht in der Lage, es jede Woche aufzunehmen und es dann aufzuladen. Sondern es kommt jetzt in die Phase, in der ich jetzt spiele und es dann so durchmanage, dass ich... So durchmanage, dass ich dann auch wirklich alles nach einem einigermassen Rhythmus hochladen kann. Aber hier ist momentan gar nichts. Da drücken wir mal schnell etwas. Jetzt ist alles bedeutungslos. Bedeutungsloses Gehlett. Genau, das sieht gut. Nein. Ja. Oh, nice. Ein dunkler Schmied, stein! Level 3. Passt. Oh, ich muss heftig hin jetzt. Ah! Ja, wir sind wieder hin, oder? Den Ort kennen wir schon. Ja. Genau. Okay. Langweilig. Langweilig. Also. Ähm. Hierhin haben wir ja mal wollen, aber ich behalte bis jetzt noch nicht, wie ich dort hinkomme. Leider. Ähm. Und hier habe ich etwas, das ich brauche. Ja. Und dann gehen wir das so schnell holen. Ähm. Die Timer sollte vielleicht noch stellen. Damit das auch gemacht ist. Genau. Also. Hat sich hier nicht noch ein Drache versteckt gehabt, an diesem Ort. Hey, im Fall die Viecher noch vor uns. Ich hasse sie richtig fest. Ähm. Ich will zum 2. Gut. Ähm. Ich will zum 2. Gut. Ich hoffe mal, da ist einmal das, was ich suche. Es hat immer geheizt, dass ich hier. Bis jetzt habe ich es noch nicht bekommen. So. Und ich glaube auch nicht, dass diese Gegner das droppen werden. Äh. Ja. Wir werden für nichts. Hier haben wir einen Drache. Wieso kann ich ihn nicht zaubern? Rütsch. Wieso kann ich ihn nicht zaubern? Rütsch. Okay. 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 Geil. Ich bin kein Hingier in voll. Danke. Okay, dann lässt du mich halt nicht hinten rein. Auch gut. Das ist eigentlich nicht das Viech, das ich killen will. Und beunruhigt es mich jetzt noch mehr, wo das Viech dann sein sollte. Wo ist es? Wo ist es? Mann! So gegnert zu haben, ist einfach so mühsam. Nein! Ich habe nicht so viel weg. Ich bin so schlacht. Loll! Das macht aber wirklich keinen Sinn. Ich meine, wenn etwas gegen vorne strahlt, dann sollte es eigentlich nicht zu dir kommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin so schlacht. Nein. Okay. Okay. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Okay, jetzt ganz gut. Okay. Mann, sie scheiß Robb, ey. Ja. Okay, gg Ross. Ah. Nein. 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 Okay, es geht nicht. Wieso auch immer es geht nicht? Was ist los? Wieso kann ich mein Pfad nicht mehr rufen, Mann? Es geht einfach nicht mehr. Es ist glaube ich sterben. Oh Mann. Ich kann mein Pfad nicht mehr rufen, Mann! Fuckin' Buggy Game, Alter! Aha! Okay. Das habe ich noch nie verstanden, Alter. Das ist noch nie passiert. Okay. Okay. Ah. Scharlachfeile. Wie viel Leben habe ich eigentlich gehabt? Und er hat mich so wegsmackt. Das ist ja lächerlich. Das ist ja wirklich lächerlich. Sorry. Okay. 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 Damit ist ich heftig. Das ist einfach insane. Ich muss meine Seele neben dir nehmen. Oh Mann. Ja, ich bin mega. 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 Ganz genau. Das ist wirklich ein Zeug. Bro, wie wollte ich das invaden? Ich kann... Selbst mit Spamen kann ich... Ich kann... Hä, hier bekomme ich Schaden, aber vorher nicht... Ah, ja, genau... Stimmt, das habe ich ganz vergessen... Ein Stomp macht auf, Scharlach-Fäule, Mann! Was ist es? Magisch! Was ist es? Magischer Angriff, Feuerangriff! Blitzschade! Ah, okay... Das habe ich das letzte Mal Büro... Ja, ich habe ihn... Ah... Oh... Oh! Oh... Und dort. Oh, das Spiel macht so viel Spass. Ich brauche den ganzen Tag das Spiel so weiter zu spielen. Gegen Gegner, die gar nicht OP sind. Ich brauche den Tag. Ich brauche den Tag. Ich brauche den Tag. Tschüss. Ja. Wir haben ihn mal. Ich bin sehr klar. Ich brauche den Tag. Ich brauche den Tag. Ich brauche den Tag. Ich brauche die Spannung. Ja, und dann auf dem Feld das, ausweichere ich gar nicht möglich. Ja, und dann auf dem Feld das, ausweichere ich. Ja, und dann auf dem Feld das, ausweichere ich. Ja, und dann auf dem Feld das, ausweichere ich. Ja. 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 okay jetzt muss man mal hin den Regen errieren hier bin ich auch noch nie ich würde es wirklich sehr gerne hin würde ich wirklich gerne äh nein äh Ansicht umschalten ok sieht es mega geil aus ja eindeutig wir könnten noch levelen das sollte man vielleicht noch machen ok das sind alles wie nicht man es äh so Drachenfähigkeiten alles mit Glauben und Ark haben wir beides nicht komm wow wow nichts gedroppt aber hier steht auch wieder nichts oder was oder was ja du chillst du einfach aber warte nichts genau dem Ort wo ich etwas suchen könnte ist einfach lächerlich es ist einfach es ist so lächerlich ja was soll ich sagen machen wir eine kurze Pause ähm also respektiv schnell einen Cut hinein ähm dann suche ich einen neuen Standort wo das sein könnte ok habe es herausgefunden ich habe es nochmal gedacht so what the fuck ich habe es nochmal gelesen das einzige was ich wirklich noch nicht gemacht habe ist dort einen abschlagen und ja das habe ich jetzt gerade gemacht und dann ist der gespawnt ich meine klar ist schon der gespawnt geil geil oh man auch gar in in den 왜냐하면 wir Danke! Renala! Ah, ihr wisst was kommt. Ihr wisst was kommt. Und für die, die es nicht wissen, freut euch. Wiedergeburt! Wollen sie eine Labehändler? Warte schon. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück. Genau. Ja! Ich wollte gerade die Stats anschauen. Vom... Vom... Moonwale. Wir brauchen 18 Stück. Mindestens 12 Stärken. Ok. Gut. 12 Stärken brauchen wir. Ähm... Gut. Stärken... 12. Das brauchen wir. Ähm... Die Stützlichkeit wird wichtig sein. Geben wir auf die Weisheit. Weil das ist unser Bild. 60 Weisheit. Ähm... Ich weiss es nicht. Max Ausdruckgeschwindigkeit. Ich weiss es nicht. Max Ausdruckgeschwindigkeit. Gewicht. Ok. Ja. Machen wir mal so... 13 Geschicklichkeit. 60 Weisheit. Ich glaube 40 Geschicklichkeit. Warte schon, warte schon. Ähm... Also Geschicklichkeit macht schon... Ja. Also da haben wir... Ok. Aber 18 macht es ein Grupp. Und dann geht es von 10 einfach an. Scalen quasi. Ok. Ja. Ja. Fangen wir mal so. So. Und jetzt können wir es auch offiziell dran gehen. Wir sind an mittlere Last. Das ist alles gut. Ähm... Wir können sogar nochmal etwas anziehen. Etwas besseres. Da wären wir wieder mittlere Last. Und jetzt... Ähm... Machen wir mal für Kosmetik. Ja. Ähm... Können wir mal so. Können wir mal so. Wo wir jetzt haben. Ja. Ja. Passt für mich. Also. Also da haben wir das. Dann können wir hier... Äh... Ja. Weiter machen eigentlich. Äh... Da haben wir einen Boss. Können wir zu dem hin gehen. Äh... Nein. Wir gehen hier hin. Ja. Wir gehen nicht in die... In das Schloss. Das wir da gesehen haben. Genau. Dann machen wir es schön. Schritt für Schritt. Ah warte schon. Also jetzt haben wir ja Schwert. Okay. Sollen wir mal schnell ein Opfer. Wir glauben wir werden relativ schnell mal ein Opfer finden. Wo war der Typ? Der hier rumgewandert ist. Ja. Ja. Seht ihr was ich meine? Also... Ziemlich heftig das Ding. Ziemlich heftig. Egal. Also wo haben wir hinwollen? Äh... In die Richtung, oder? Oder nicht? Äh... Definitiv nicht. In die Richtung haben wir wollen. Warum hier Fallschaden? Nein, warum ich nicht. Ich bekomme ich gleich. What the fuck? Dort geht es dann auch noch nicht mehr hin. Nein. Danke. Oh Gott. Ich will wissen was da ist. Ob da noch irgendetwas ist. Okay. Ein Dungeon auf jeden Fall. Weiss. Oh Gott. Weiss. Wegen Talisman haben wir jetzt schwere Dings. Ähm. Es wird schwer. Ja. Es wird nicht müssen sein. Die Eingang sehe ich. Wir wissen ob hier noch etwas ist. Wir müssen wegen einem scheiss Talisman wieder etwas abziehen. Es wird nicht besser. Also ähm. Ja. Wo hier ist nichts besser. Also ja. Nicht wirklich. Äh. Ähm. Vergleiche. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 3. So, zieh jetzt mal ab Der eine Talisman, den ich jetzt vorher angezogen habe Also der hier Er verbraucht weniger FP wenn ich Warte schon Jetzt brauchen wir wieder relativ viel FP damit die Flasche wieder anpassen Allgemein Geil! Geil! Das ist... So ein geiler Patch! Geil! Komm mal so Wir brauchen wahrscheinlich relativ viel Mana wieder Schon nur, dass wir nicht so viel Mana haben Oh man Also ich liebe das Schwert jetzt schon Also ich liebe das Schwert jetzt schon Ich liebe das Ich liebe das Ich liebe das Ich liebe das Ähm billion Ich bin in den Henkel über seh Ich bin in den Weg über seh Was gesehen hier nicht? Was gesehen hier nicht? What? Was? 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 Nein, wir sind nicht. Was? 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 Ja. Ja. Sorry. Also. Ich hätte gerne hier etwas sehen wollen. Aber wenn ich zur Tür komme und dann sagt, dass es verschlossen ist. Ja. Dann gehen wir halt weiter. Da hat er wieder bald die Höhle gezeigt. Was? 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 Bei mir. Scheiße The damage Insane Absolute insane Ah fucking hell Yep Ich muss sie gar nicht killen, ich teste sie einfach ein Schwert Geil Geht loot, hab ich gehört Hey, oi Alle ausgelöscht Alle ausgelöscht Ah, ich liebe mein Bild Ich will schau hier rauf, ich will dann was glubo glubo machen Oh, blubst du bitte? So Okay, whatever that is Hier oben ist nichts mehr gewesen Ja, hier haben wir den Turm Da sind wir schon absnipen Gehen wir da runter? Ja Kommen wir halt zu, ich zu euch Ich würde eigentlich hier bei der Treppenstunde, wenn ich euch wäre Aber ich könnte mich auch rauf lassen Geil Ah, ich habe eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich aufgehört, ähm, locken Aber irgendwie ist mein Input nicht durchgekommen Oh, oder ich habe nur daran gedacht, dass ich es machen will und ich habe es dann gleich gemacht Oh, oh Mist Das Item droppt Jetzt brauche ich das natürlich Was hast du droppt? Bolzen, Breach Das interessiert mich voll gar nicht Sagen wir mal, was erwartet mich hier oben? Irgendein riesen Boss, eine geile Truhe Ruhe, ja Jellica Ich habe es getan, ich habe schon extrem gut mit einem Magierstab Also einfach eine Kombination, weil es einfach kein Malus hat Durchschuss-Talisman Ich kann mir vorstellen, was das macht Erhöht die Angriffskraft vom Feilen und Bolzen Ja Glettern? Wohin? Woher bringt mich das? Äh, Anakin, I have the high ground, don't try it Okay Wenn ich jetzt ein Portal zu haben, ist es immer interessant Und ich muss eigentlich fast rein gehen, um zu schauen, woher das mich bringt Bevor wir irgendwas anderes machen Und ich sitze mich dann nochmal schnell auf Grace Einfach um sichern zu gehen Ähm, respektiv um zu schauen, wie viele Levels wir noch brauchen Stufenaufstieg 50.000 Euro Okay Ich sag mal, johlen wir mal rein An einen anderen Ort reisen Jawohl Ich sag mal, wir sind im Schloss drin Die Frage ist Die Frage ist Will ich jetzt zu mitten drin sein? Jetzt haben wir das Grace Gehört Jetzt ist zu Die Kaffer ist hier wieder nahe, aber Oh, oh. Wow. Sit. Das hohe Geräusch, das ist einfach eh genommen Und dieser Dude ist eh einfach chillt, oder was? No purpose, oder? Stress mich auch, sonst trüsch Weil ich weiss, da könnte etwas sein, aber... Ja... Weil kriegst du mich alle so? Du! 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 Sie lernen es nicht Tut Du! 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 Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach wirklich die ganze Zeit nichts. Hier kann ich auch runter droppen ohne Schaden zu nehmen. Jetzt sind wir wieder hier. Aber eben. Ich komme hier nicht raus. Kann ich nicht öffnen. Also, wie komme ich hier wieder weg? Ist das wie eine dumme Idee, hier raus zu kommen? Hier drüber komme ich nicht. Obwohl... Doch, ich komme drüber. Ich habe gesagt, wir gehen schnell zum Grace, der da hinten ist. Und dann möchte ich zum Eingang. Äh, resten muss ich eigentlich nicht. Okay. Ich will noch die Gegner anschauen, wie die so drauf sind. Äh... Das sieht ziemlich wild aus. Wie geht's? Ich bin echt nett. Ich bin echt nett. Ich bin echt nett. Ich bin echt nett. Ich will doch beide. Ich bin echt nett. Oh, ja klar, die Stanz liegt nicht. Und jetzt? Ja... Achum, was nützt's. Hatte ich schon gesagt, dass die Waffe absolut broken ist? Ich meine, das war jetzt völlig insane. Ok, ich glaube ich weiss nicht so, dass wir die Teleportation genommen haben. Wenn wir sonst nicht anderes ins Schloss gekommen wären. Aber dass hier irgendetwas versteckt ist... Oh mein Gott, nur du! Komm her! Nur du, du brichst mir gar nichts. Ja. Sind ja alle abgeschlossen eigentlich. Ja, ok. Ja. 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 Okay Aber nicht ganz klar Ich denke, dass ich einen großartigen Champion des Schatten Ein Demigod in der Haut Oh Gott! In Wahrheit, ich schreie an den Gedanken Das ist seine Gefühle Aber... Der Angst hat mich einfach, dass das Ordeale eine wertvolle Aufgabe ist Seid ihr sicher, dass es einen guten Vorteil ist, mein Freund Ich, Iron Fist Alexander Ich bin der Angst, dass du diesen Ordeale auszutauschen Das Erdbeutausch Seid ihr sicher, dass du eine gute Vorteil ist, mein Freund Ich, Iron Fist Alexander Ich bin der Angst, dass du das Erdbeutausch Ich bin der Angst, dass du das Erdbeutausch Ja, okay Du doch Du bist gut und vorbereitet, junger Kump? Der Festivale beginnt! Absolut bereit Absolut bereit Before we begin, allow me to paint you the full picture Fucking Cutscene, Alter General Radahn General Radahn is cursed, Ever-Wander Eaten von der Insel, durch die Schmerzen der Schmerzen, seine Wüste sind sehr lange weggegangen. Jetzt er die Körpersen von vier Freundinnen und Fohlen geliebten, wie ein Pferd. Die Flüge schlägt auf den Himmel. Aber jetzt müssen wir ein Leben machen. Oh, die Gemeinschaftsvereine! Die Rebels beginnen! Die Fehlung der Krieg! Der Redan-Festival! Ok Und jetzt? Mit Lobbogang können sie mich auch vorgreifen Wir sind kurz vor einem Level ab, aber ja Ich hasse es, wenn ich so... Äh, ja... Eben... Ich wollte sagen... Ich bin nicht hingegangen und es ist einfach gar nie etwas, dass ich das Gefühl habe... Das Spiel wollte gar nie, dass ich hingegangen Ok, ok Aber ich sehe... Ich sehe, wohin das geht Einfach nur, weil ich... Die gewisse Erfahrung habe Äh, von Streams Und von Speedrunners muss ich auch sagen, die spielen das Spiel natürlich immer etwas anders Ähm... Ja, da passiert irgendwie gar nichts mehr Vergehen Ok, was sollte ich vielleicht erst machen? und dann ist es klar das Paddlefield ist also das was wir hier sehen und ich wollte nicht runterkommen das heisst wir haben jetzt hier offiziell ja sind zu ermutigt worden doch den Radar zu killen ähm ok da wird ein epischer Tod geworden Radar, genau, jetzt sind wir hier ja zum Teil sehen Speedrunners hier den Berg durch abkumpen und dann sind sie hier gelandet bin ich ready für Radar? I'm not sure, I'm not sure vor allem mit der Seele die ich habe ist eigentlich gar nicht schlau ähm ja es ist einfach nicht schlau und ich bin es leid immer dumm zu sein und ich bin es leid immer dumm zu sein ich kann mir einfach immer die ersten zwei Zahlen merken und dann gehe ich einfach davon aus, dass es reicht oder ja also machen wir Geschicklichkeit um einiges wieder aber wenn ich glaube dass mir Schaden gar nicht notwendig ist aber ich glaube bis auf 40 werden wir gehen und nachher ähm ja Geist und Kraft ist so jetzt müssen wir einfach nochmal laufen was mir wirklich leid tut sorry Leute oh nein sag mal Oh nein, oder ich habe es erst noch gespürt, als er wieder das gleiche hat. Es muss über dem schnurren, damit die Türe aufgeht. Oh Gott. Lol. Ich habe die Türe noch offen. Ja. Ah, nervig. Wenn ich es gewusst hätte, dann... Oh ja, stimmt. Dann wäre ich nicht hier gegangen, mit fast einem Level Up. Aber wie gesagt, ich kenne ihn ja dann, vom gesehen her. Und der sieht jetzt nicht so mega chillig aus. Also, ich glaube schon der Gescheiter war, dass wir unsere Silien noch verlieren dürfen. Was sagt er mit Heimer? Hm, in 20 Minuten. Ja, ist machbar. Oh. 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 Auf die andere Seite. Ja. Oh, nicht einmal. Danke. Oh. Ah. Oh. Was ist das? Wo ist es? Was? Was? Boah, mit dem habe ich es wirklich nicht gerechnet. Das ist halt das Problem, wenn man Speedrunners zuschaut. Speedrunner, was mache ich da? Seht gleich mal weg. Oh, geil. Oh, geil. No. Boah. Boah. Oh, no. Uh... Boah. 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 Ich weiss gar nicht, wenn ich so viel Leben verloren habe, da bin ich nicht geachtet, weil die haben mehr Leben als das, was ich vorher hatte. Wir schaffen so viel Fall, also ich bin sehr zuverdüchtlich. Ich bin so schlacht, ich wollte das gar nicht umlaufen, ich wollte mich dort, ah egal. Ich bin so schlacht, ich bin so schnell. Ich bin so schlacht, ich habe den Wand und mich zweifelte, aber ich habe das, was ich so schlacht. Ich habe den Wand und ich habe das, nicht so schlacht, aber ich kann das, was ich zur Flucht ins Hahne und ich wollte es nicht sehen. F***ing hell. Diese Angriff her, ich finde es extrem schwierig. Ich weiß einfach noch nicht, wie es so ausweicht, dass sie mich nicht treffen haben. Ich weiß nicht, was ich meine. Das ist Speedrunner Taktik. Oh man. Nein. Nein. Oh man. F*** man. Oh. F***ing nukes. Okay. Mhm. 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 Oh. Okay. Ja. Ich habe die Fallschirm aufgeland. Okay. 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 Ah. Scheissdreck. Scheissdreck. Ich spiele gerade so schlecht. Ich habe gemeint, es ist doch der First Try. Witzig weiss. Ah. Ich kann mich im Weg etwas nicht. Der wonche. Nee. Was? Hä?! Hä?! Okay. Man, schießt mir das A, mann! Ja?! Okay. I'm going to go to heaven. Ich wollte nur schnell trinken. Was machen die Meteorite eigentlich? Machen die auch irgendwann mal etwas? Er hat die gehasst und sie kommen nicht. Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, dass ich komme. Dann schmeissen wir sie jetzt ein wenig an. Aber nein. Das trinkt als Speedrunner. Auf gewissen Seite geht es. Das hohes Pferd zu nehmen. Auf der anderen Seite geht es einfach nicht. Das ist ein wenig. Daai. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist einfach wirklich das... Aaaaaahhhhhh. Das er wirklich... Ein wenig zu wenig Schaden nimmt. Das dude. Das opening ist auch so doof. Das ist einfach so doof. Das war's für heute. 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 Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Absolut heftiges Panorama. Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht. Das war's für heute. Wo Rani ist. Ich spreche zu den Tag. Das war's für heute. Wir nehmen uns wieder. Für die Frau Rani. Okay. Das ist auch Rani's Christ, hm? Ich schreibe es einen Sekunden. Wenn wir mit einem Stahl mit der Erde fallen, wir werden wieder in die Bewege gehen. Side-by-side. Mein einzig Ziel ist, um für Rani's Fates, sword und fang. Die Kürtchen sind in. Und ein finaler Akt. Nice. Die Kürtchen sind in. Zum Eingang. Was heisst das in dem Spiel? Äh, ja. Leute. Okay, jetzt weiss ich wo. Äh, ihr habt gesehen. Ähm, neues Schwert. Äh, Radan. Killed. Und ja. Hätt ich gesagt, äh, für heute ist fertig. Und wünsche euch noch einen guten Tag. Oder sonst, was ihr macht. Er freut mich, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und ja. Habt ihr Schöne. Ja. 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 Ja.